Ho, 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 liebe Community, wir, der Max, unser neustes Mitglied und ich, wünschen euch ganz, ganz, ganz tolle Weihnachten, ein besinnliches Fest, genießt es im Kreise eurer Familie, spielt Spiele, schaut Filme und ja, wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder und dann geht's richtig los auf WESTO TV, also bleibt uns gewogen, bis dann, ciao. So ihr Lieben, ich wünsche euch mal alle frohe Weihnachten und guten Start ins neue Jahr und guckt ein bisschen WESTO TV, wir sind alle am Start, im neuen Raum, wir freuen uns, Geschenk gibt's keine, weil sind alle mir, ich hab's alle, bis nächstes Jahr, ich freu mich auf euch, tschüss. Hey WESTO Community, ja, das Jahr neigt sich zu Ende und Weihnachten steht bald vor der Tür, ähm, für uns gesehen, ja, ich finde, wir hatten ein erfolgreiches Jahr und nächstes Jahr starten wir durch mit den neuen Räumlichkeiten und ihr werdet auf jeden Fall jede Menge Spaß von uns festiert bekommen, ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ganz wichtig, bleibt auf jeden Fall gesund. Hallo, liebe Community, einen wunderschönen vierten Advent und bevor wir euch ins neue Jahr entlassen und auch frohe Weihnachten wünschen, sei an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich Danke gesagt, danke für die Unterstützung, den Support an jeden einzelnen Klick, Kommentar, Austausch, an all die Leute, die in irgendeiner Form mit uns in diesem Jahr kommuniziert haben, in den Austausch gegangen sind, oder vielleicht auch Teilwand dessen, was wir machen. Wir haben jetzt ein Jahr lang fast wöchentlich, ähm, eine Sendung produziert und viel, viel Herzblut in die Sachen gelegt, mit ganz, ganz viel Liebe für unsere Thematiken, sei es Gaming, sei es Filme und, ja, An dieser Stelle einfach nur ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Wir werden jetzt im neuen Jahr umziehen, unser neues Studio, haben da auch schon sehr, sehr viele Ideen für neue Projekte oder auch, wie wir die bestehenden Projekte weiter nach vorne bringen können. Also wir haben richtig Bock und ich hoffe, ihr seid Teil davon, schaltet nach wie vor ein, unterstützt uns mit euren Views, mit euren Klicks, mit euren Likes, alles das, was uns hilft quasi zu wachsen. Von dem her an der Stelle frohe Weihnachten, einen sehr, sehr guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt friedlich und wir sehen uns bis dahin. Ciao! Ohohoho! Fröhliche Weihnachten und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich euch. Bis dahin, bleibt gesund! Peace! Ja, hallo ihr lieben Wahnsinn, das Jahr 2021 ist schon wieder so gut wie rum und leider lässt uns die Pandemie auch nicht in Ruhe. Aber das Positive ist, es gibt ja WESP-TV, richtig? An der Stelle möchte ich euch Danke sagen, danke, dass ihr uns zuschaut und natürlich auch wünsche ich euch an der Stelle ganz, ganz frohe und schöne Weihnachten, ein paar besiedelte Tage im Kreise eurer Familien und vor allem auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und vor allem seid gespannt. Wir haben ganz viel vor und schaut WESP-TV auch 2022 und jetzt nochmal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und alles, alles Gute und viel Gesundheit, euer Christian.